Das Metrum ist dir ein einziges Rätsel? In unserem Video erklären wir dir, was das Metrum ist und wie du es in Gedichten bestimmen kannst. Du willst die besten Lernvideos für Schüler und Studenten? Dann komm auf studyflix.de oder hol dir unsere kostenlose App. Das Metrum eines Gedichts ist im Prinzip nichts anderes als das Versmaß. Neben dem Reimschema, der Kadenz und der Gedichtform ist es ein wichtiges Merkmal von Gedichten. Unter dem Metrum verstehst du eine festgelegte Reihenfolge von betonten und unbetonten Silben im Vers. Das Metrum und damit auch die Betonung beeinflusst also die Struktur, den Rhythmus und die Stimmung des Gedichts. In der Metrik dreht sich alles um die Silben im Vers. Eine Silbe besteht aus einem oder mehreren Lauten, die zusammen ausgesprochen eine Einheit bilden. Das Wort Gedicht besteht beispielsweise aus den zwei Silben Geh und Dicht. Um zu erkennen, welche Silbe betont und welche unbetont ist, kannst du das Gedicht erst einmal übertrieben deutlich vorlesen. Dabei sprichst du automatisch die Hebungen, also die betonten Silben, lauter aus als die Senkungen, die unbetonten Silben. Beim Wort Gedicht ist dann die erste Silbe unbetont und die zweite betont. Wenn du das Metrum bestimmen willst, trennst du erst einmal alle Silben im Gedicht durch einen Längsstrich voneinander. Dann markierst du dir die betonten und unbetonten Silben in den Versen. In der Gedichtanalyse gibt es dafür bestimmte Betonungszeichen. Den Anfang von Goethes Ballade der Zauberlehrling würdest du zum Beispiel so betonen und markieren. Anschließend zählst du die Betonungen im Vers. In unserem Beispiel sind das vier Hebungen. Das Gedicht ist damit vierhebig. Zum Schluss kommen noch die Begriffe Jambus, Trocheus, Daktylus und Anapest ins Spiel. Dabei handelt es sich um die vier Versfüße. Ein Versfuß ist die kleinste Einheit in einem Vers, die sich mehrmals wiederholt. Du möchtest kostenlose Bildung unterstützen? Dann abonniere unseren Kanal! Aber wie sehen die Versfüße nun aus? Der Jambus ist der bekannteste Versfuß in deutschen Gedichten. Hier folgt immer auf eine unbetonte Silbe eine betonte Silbe. Viele deutsche Wörter sind aus einem Jambus aufgebaut. Zum Beispiel das Wort Gedicht. Ein regelmäßiger Jambus klingt sehr harmonisch. Das siehst du zum Beispiel an Schillers Ballade Der Ring des Polykrates. Er stand auf seines Daches Zinnen. Er schaute mit vergnügten Sinnen auf das beherrschte Samus hin. Auch in dem Beispiel kannst du den Jambus noch genauer bestimmen. Insgesamt sind es vier Hebungen in jedem Vers. Der Jambus ist also vierhebig. Beim Trocheus ist die Betonung im Vergleich zum Jambus genau umgekehrt. Der Trocheus besteht nämlich aus einer betonten und einer unbetonten Silbe, wie zum Beispiel im Wort Leben. Durch viele Trocheen wird eine besondere Dynamik erzeugt, wie in Meyers Gedicht, Abendrot im Walde. Der Dichter baut hier bewusst Spannung im Gedicht auf, indem er die Flucht mit regelmäßigen Trocheen ausdrückt. Der Dactylus besteht aus insgesamt drei Silben. Auf eine betonte Silbe folgen hier zwei unbetonte Silben. Damit kannst du dir gleich für den Versfuß das Wort Dactylus merken. Denn auch Dactylus betonst du auf der ersten Silbe. Durch Dactylin wirken Gedichte oft sehr feierlich. Das erkennst du auch an Friedrich Rückerts Gedicht »An den Sturmwind«. Der Anapest ist die Umkehrung des Dactylus. Das heißt, dass auf zwei unbetonten Silben eine betonte Silbe folgt. Auch hier wird das Wort Anapest wie der Versfuß betont, nämlich Anapest. In der Ballade der Taucher verwendet Schiller immer wieder Anapeste, so zum Beispiel an der folgenden Stelle. Da ergreift's ihm die Seele mit Himmelsgewalt. Und es blitzt aus den Augen ihm kühn. Sehr gut. Meistens ist das Metrum ein fester Bestandteil einer Gedichtinterpretation. Darin untersuchst du nicht nur, welches Metrum der Dichter verwendet, sondern auch seine Wirkung auf den Leser. Wichtig ist dabei, dass du dich immer fragst, wie der Inhalt und das Metrum zusammenhängen. Erzeugt das Metrum zum Beispiel eine bestimmte Stimmung? Bei manchen Gedichten wirst du vielleicht gar kein regelmäßiges Metrum erkennen. Das solltest du unbedingt in deiner Interpretation berücksichtigen. Mit einem fehlenden Metrum kann der Dichter zum Beispiel bewusst die gesprochene Alltagssprache nachahmen. Super! Jetzt kann beim Bestimmen des Metrums eigentlich nichts mehr schiefgehen. In der Gedichtanalyse spielt aber nicht nur das Metrum eine wichtige Rolle, sondern auch das Reimschema. Schau dir also jetzt noch unser Video dazu an.